Das fröhliche Hupen geht weiter. Ah, wir haben noch genug Sterne. Wir haben 26, obwohl wir 22 brauchen. Läuft noch gut. Feuer, es wird wieder überall brennen. Ein Löschmeister wird es geben. Wir brauchen... All die Ehlers, das Feuer ist ständig im Falschen. Zeugs sein wird. Wo ist Tomate? Ach, wir machen Smoothies und Dings. Okay, ich bringe hier mal das Hühnchen rüber. Links, du warte, du warte, rechts, du warte. So. Blasbalk. Äh, dann würde ich sagen... Ja. Smoothie als nächstes. Ah, ich kann gar nicht. Die Ananas weitermachen. Ja, deswegen gibt es einen Löschmeister eigentlich. Ja. Weil der so ultra nervt. Ich brauche hier... Steht sich halt volle Kanne im Blick. Einmal Teller rausbringen wieder. Ich bringe die Spieß hier wieder zurück. Und... Einmal Ananas für mich dann... Au. Einfach rübergeben. Okay. So geht's auch. Ah. Okay, wir... Smoothie... Ja, Smoothie mit Ananas und Melone und sonstigen ganzen da. Imran. Ein Querbeet-Smoothie. Wir nennen das immer Querbeet. Tomate ist nicht das, was ich für den Smoothie brauche. Ich brauche... Nella. Ja, das ist keine Ernte. Ja, die Tomate. Das ist kein... Naja, Tomate-Smoothie geht aber auch. Barcat, das will ich nicht. Ich mach schon mal wieder. Aber nicht mit Ananas. Aber nicht schuld. Ähm... Auch das Glas da hinten. Oh. Ja, das ist jetzt ungünstig gerade. Nein, Benjör. Das ist sehr so ungünstig. Alle, man muss nicht Smoothie retten. Los, rollt das Zeug weg. Äh... 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 Hey, lasst mich doch mal meine... Ha-ha... Meine Banane schneiden. Ich bin Brandmeister. Ernst? Yo. Ich bleib einfach Brandmeister. Unser Brandbesterniger hier. Gut, mach ich... Und... Gut. Einmal kann ich... Äh... 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 Spür ich auch noch. Kannst du mir einmal Bananen riebel? Ah... Ich brauch noch einmal Banane für den Smoothie. So. Achso. Da komm ich nicht dran. Ja, ich bin... Okay, gut. Ich hol mir selbst die Banane jetzt. Ja, ich mach... Du machst... Äh... Smoothie. Äh... Wo sind hier die Gläser? Ah, da. Fuck. Ähm... Ich hab' ich gespürt. Da ist halt nur gerade überall bei, deshalb. Ja, ich wollte nur drauf hinweisen. Mehr nicht. Wenn dauert. Ah, fuck. Da ist wieder was gesprungen. Äh... Als nächstes... Ist halt wieder Kebab eigentlich eher... Als Smoothie. Äh... Stehst du im Weg, der Wasserstrahl... Ich will auch Wasser. Ich will ins Nass. Ah... Ich... Ich hab dir hier noch einmal Hühnchen. Johannes, einmal Hühnchen hast du. Ja, sorry. Ich hab's... Einmal... Okay, da ist schon einmal Tomate hierzu. Ich hab'n Tomate hierzu. Äh... 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 Ja. Ich mach' dann wieder Smoothie für mich. Äh... Ich... 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 Ich muss einmal da durch, um... Äh... Ich war beim Schneiden. Vertrau mir, schieb nicht den mit der Messe... Schieb nicht den mit dem Messer in der Hand. Ich hab'n Hühnchen gehackt, also... Nee, ich komm' nicht an die... Nee, ich komm' nicht an die... Den ist irgendein Smoothie fertig. Der ist noch nicht verbrannt. Ich wollt' an die Banane ran, damit ich den Smoothie fertig machen kann. Oh, easy. Ja. Ja. Reicht doch. Das können wir nochmal machen. Können wir auch nochmal. Ist mir egal. Das... Das ist mir easy, doch. Das reicht gerne. Gut. Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n Banane. Aufrückchen oder... Einfach rüberschmeißen. Einfach reinschmeißen. Ich hab'n... Genost, gleich mit der Melone. Gut. Äh... Dann... Smoothie... Ananas und... Danke. Ananas und... Dings. Hopp. wo ist und hier die gläser ich hab da direkt neben dem teil das war jetzt ungünstig da hab ich gerade drauf geworfen und dann ist weder weg ja ich glaube ich ganz angenehm weil das problem ist es gibt halt hier trotzdem okay ich muss noch mal erfahren wir brauchen hierbei unten das wäre ganz vorteilf da sonst kommen wir nicht durch kannst du mal kurz danke nein können kannst du einfach den anderen einmal so kannst du rausbringen kurz ins movie ja 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 das ist auch dann nur ist auch gemeint dass du dann raus bringt nicht direkt ich schätze ich auch schnell ah danke okay fuck so hin bin du banane ja ich brauche banane ansonsten ist das movie gleich das wird sauereng mit ins movie das wird wahrscheinlich nix ne das wird nix der wird der wird nicht rechtzeitig rausgehen fuck ähm multi kulti smoothie wieder also ich habe aus nun komme ich auch nicht durch weil du da wenn du außen rumstehst ja doch du kommst durch der multi kulti smoothie wird auch nichts wird auch nicht rechtzeitig rausgehen ne da wird definitiv nicht rechtzeitig das war eine wesentlich schlechtere leistung als beim letzten mal das war echt um einiges schlechter wenn in der mitte halt nicht so wenig platz wäre ja da will man auch nicht beim schneiden dauernd weggeschoben werden steht man sich ständig im weg noch mal versuchen oder suchen wir noch mal ich muss mich mehr anstrengen mehr schneidebretter würden auch praktisch so wie er alles mögliche erfahrt ist ja ich weiß Mhm. Ähm, einmal, ähm, sorry, kannst du kurz Melone und sowas links machen für den Smoothie und ich mach hier die Banane, ich lass dich da durch, Johannes. Äh, kannst du mir einfach rüberwerfen, ich kann schneiden, okay. Jetzt, ja, sorry, das stellen wir ungünstig. Äh, Ananas, mhm, Bananen-Smoofy wieder, gut. Gut, ähm, eine Ananas noch, dann ist der Smoothie auch wieder. Gut. Ich komm hier draus. Oh. Oh. Äh, hilf mal Johannes jetzt, weil Johannes, also, wenn du Zeit hast, man den, ja, aber ich meine wegen dem, weil Johannes gerade, weil du gerade relativ viele Rezepte hast, die du abarbeiten musst, deshalb, ich hab nur eins gerade. Deshalb. Ja, du kannst auch auf deiner Seite die Späße machen. Ja, das weiß ich, aber dann kommen wir sehr wahrscheinlich durcheinander. Aber ich sag's ja nicht, dass du's machen sollst. Ja. Nur, dass du's kannst. Okay, äh, das... Ich kann ja auch auf beiden sagen. Jo. Ich geh dann öffnen rum einmal. Jetzt hab ich Hühnchen in der Hand. Hühnchen brauche ich für ein Smoothie nicht. Ach. Was war alles? Ich weiß nicht, ein Hühnchen-Smoothie, darauf kann ich verzichten. Ich glaub, alles soll ich so durchstehend nicht sein, von daher. Ja. Ja, das... Das hatte ich ja auch nicht so. Okay. Danke. Dann kann ich wenigstens nochmal in die Molo auch noch ran, dann muss ich vielleicht nur noch mal in die Banane kommen. Äh, da, 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 äh, dann brauche ich... Jetzt brauche ich hier ein bisschen... So. Oh, top. Äh, das... Ich muss an die... Ich muss schneiden. Äh, Banane. Ey, das geht top jetzt. Ich bin wesentlich besser. Jo, definitiv. Dadurch, dass ich nicht mehr so viel rum... Ey! Was soll das denn? Ich darf einfach anpusten hier. Das war... Also, was das jetzt für ein heimelsweiter Unterschied schon war wieder. Ja, keine Ahnung, manchmal endet's im kompletten Chaos. Also, ich würde auch sagen, dass die Abfolge der Rezepte auch eine sehr große Rolle spielen, tatsächlich. Also, ich hab... Also, ich hab... Diesmal war wesentlich angenehmer. Oh, ne, ne, das! Nicht so lange... Nicht so lange warten musste, bis das Feuer gelöscht war. Oh. Allgemein, die Abfolge der Rezepte war auch wesentlich angenehmer für uns dieses Mal gewesen. Oh, das Level. Das da. Das da. Das da. Oh nein. Ähm. Ähm. Panne-Karx. Wir brauchen... Oh, stimmt. Du musst den Knopf für uns drücken. Ist ja noch schlimmer. Gut. Und dann kriegst du hier... Äh. Ich hab nicht gedrückt. Nicht noch! Ah, ja. Ja, das geht automatisch. Ich dann... Irgendwie... Ah, ne, ist schon. Oh, hier. Einmal schnell... Kannst du mal... Joop. Beides holen, genau. Dann bleiben wir schon mal. Ja, Panne-Karx. Panne-Karx sind das. Panne-Karx, beziehungsweise... Kannst du auch einschreißen? Okay, sorry. Da hab ich irgendwie verpennt gerade. man ist oben. Joop. Joann ist hier... Joann ist hier JJ. Joann ist hier 2020 extrem. Dann... Da könnte es Ihnen mal treten zu Eiern. Dafür schon mal so. Joann ist drücken. Joann istē. Die hier hora. Ja ich kann das gehen. Vielleicht wirst du hier sagen? W Dynasty. Ich kann das Wenn wir gleich DO birth bullying haft Larry. Joann ist, würde hang DE Responsum. das ist nämlich so dass wir zurückdrehen wieder zurückdrehen Feuerlöcher in der Hand, warum hast du... Achso, sorry, ich dachte, ich hatte vergessen Du musst für uns drehen, Arnes Ich brauche noch einmal ein Mehl Ist drin Gib her Johannes, du musst uns auch was raus Mach die Dinger Ja, da müssen wir erstmal drehen, Tür Nimm die Schokolade Was machst du da? Was warst du da? Wolltest du, dass sie alles mehr rüberwirft Einfach rum ist, bringt nichts Wie meine auch die Dinger müssen neulich Also, ja, ich bin Johannes, hier wieder gut fuck ja fuck ich hätte auf deiner seite stehen sollen am besten johannes kannst du noch mal drehen dann kann ich neue terror und gleich drehen ja hat man eigentlich zeit wenn die pfannkuchen am packen sind wir gibt mir einfach in die hand wenn ich da stehe die alles noch mal drehen kann ich die nächsten renten hin sachen schon mal und für die johannes drehen ich muss jetzt rüber und der erste anbrennt ist scheiße es hat ein bisschen drücken wir haben das schon gespielt es bringt jetzt die rezepte finden weiß doch ja zu viert kann ich mir nur vorstellen dass es noch besser werden könnte aber zu dritte genau das ist nur das was wir auch vorher zu zweit gemacht haben weil sonst kriegst du kein auf der einen seite einer mehr rein ja wir haben noch drei in der reserve quasi ja das ist das letzte level ach du es hat nicht so viel das ist eine tomate scheiße kannst du mir mal erdbeeren rüberschreißen ich wollte gut ich pack hier die kommt schon melonen einmal schieftet dann gleich ich muss erst mal muss erst mal sehen wo oben ist bringen wir weg so darin ich mich hier gerade um die hier anders okay ich werde die anderen muss schon mal wir brauchen noch bläser wieder ok 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 hier tomate ist hier schnell noch mal nächsten pilze hallo ja das ändert sagt immer mal wieder alles die flut das land auch gemacht hat auch okay gut wir brauchen wir brauchen nichts davon auf und johannes wir brauchen wir können nicht rüber laufen ja vielleicht schon so was schön bitte kurz nach oben schauen was wir brauchen ja ich habe mit anderen beschäftigt wenn ihr sagt was ihr braucht das tut er dann wohl ein bisschen schon mal wir brauchen pilze noch johannes pilze der ist kommen nicht an krieg schon mal ein becher hier rüber ähm wo ist der blasebeck wo ist der blasebeck damit der fach 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 das wird nichts das ja ne da gehen definitiv flirten von denen unser smoothie ist mich das heißt bananen ich will erst mal alle sachen runter wir hier ja ich war jetzt hier stehen das movie ach du ok ok ich komme mich um die smoothies banane brauchen wir für die smoothies noch mal weiter ananas kommt noch da drauf das faktor oben komme ich gerade jetzt an keine der sachen ran die ich brauche ok dann mache ich schon mal weitere tomate und hühnchen ja die banane die bräuchten wir halt dafür im smoothie der bananen brauchen wir hier am schneidebrett einfach drauf ähm ja es ist immer das gleiche man kriegt mit meckerezepte hin ok 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 ja zwei rezept da muss ich man muss ja man muss immer wieder die ganzen sachen neu holen das ist ja auch nervig fee banane bananebananebanane aaa ist na an 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 eigentlich so jetzt einen hinterkopf bekommen ok dann mache ich mal wieder einen weiteren spieß tomate hühnchen ja ich möchte gerade meinst du hast das glasenberg ja so war ein teller bei euch gleich hier für die dinge dann kommt der spiel schon mal raus noch der andere spieß hoffentlich läuft die zeit vorab gut das läuft alles ab das ok 761 ja die sind wir gucken erst mal ob es noch ein kevin level gibt weil sonst sind wir fertig brauchen wir die sterne auch nicht mehr sind fertig gesagt nur ein einziges kevin level in dem dlc ja die lcs sind jetzt nicht so riesig bravo was für ein triumph und perfektes timing ich habe gerade mit dem rat telefoniert du sprichst mit mir ich bin ja so dankbar ja also was das angeht natürlich habe ich ihnen von dem herrlichen buffet erzählt dass unsere köche hergerichtet haben und weißt du anscheinend ist es so dass man wenn man um ein haar das ende der welt herbeigeführt hat wuff zweimal ja jedenfalls sagen sie dass das wohl mehr als ein köstliches bankett nötig ist kevin aber keine sorge mein champions wir finden einen weg zurück ins zwiebelreich und bis dahin scheint die sonne und der ganze sommer dreht sich um euch und bei all diesem essen also das ist doch genug für eine party da polonaise auf eine polonaise nein kevin kevin ah das sind die die uns ständig im weg standen hey kevin naaa willst du nicht mit dem freundlichen high spielen dann nächstes dlc der freundliche high möchte mit dir spielen oh du hast gewunken neues spiel plus yay neues spiel plus neues spiel plus neues spiel plus Soy